Und der Held meiner war ein ein Vogel, den ich im Käfig hatte, den ich weiß nicht, wer mir den geschenkt hatte. Und der an Herzschlag irgendwann, als ich ihn im Zimmer umhergehetzt habe, lag er auf einmal da. Und dann hatte ich noch ein Aquarium mit einem Guppy, der dann irgendwann verfault wurde. Bitte schreibt nie Kinderbücher. Niemals. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.